Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Wenn ich den Playstation Controller statt den Switch Controller nehme, dann geht's auch gleich viel besser. Und dann starten wir. So, wir haben jetzt Sprengpfeile. Wir haben einen echt coolen, nützlichen Überlebensguide gefunden. Das ist schon sehr cool. Das freut mich. Also wir haben noch keine, weil wir keine herstellen können. Aber wir haben jetzt zumindest die Möglichkeit, welche herzustellen. Wir könnten, wenn wir nur ein bisschen mehr Sprengstoff hätten. Ah ja, jetzt haben wir Sprengstoff gefunden. Äh, Klebeband war es. An Klebeband ist es gescheitert. Cool, unser erster Sprengpfeil. Den müssen wir uns gut einteilen. Aber das ist schon ziemlich klasse, finde ich das. Das steht aus wie eine Arena. Aber das Spiel, habe ich schon gemerkt, funktioniert nicht mehr ganz so nach Videospielregeln. Nicht mehr ganz so vorhersehbar, wie Videospiele normalerweise sind. Nur weil das hier ganz klar wie eine Arena aussieht, heißt das noch nicht, dass es eine Arena ist. So, jetzt ist die Frage. Das Loch hier, sterbe ich, wenn ich da runterspringe? Kann ich da rein? Waren wir da schon? Ist das das, wo wir gerade drin waren? Ich bin mir nicht sicher. Soll ich es mal versuchen? Ich habe ein bisschen Angst. Wahrscheinlich sterbe ich einfach, ne? Wahrscheinlich bin ich einfach tot, wenn ich da runterspringe. Höchstwahrscheinlich. Ne, okay, dann machen wir es nicht. Oh, in der Pfütze ausgerutscht. Verklagen. Was passiert eigentlich, wenn ich das hier mache? Oh, nix. Unsichtbare Wand. Schade. Na gut. Okay. Schwalbe. Okay. Ist das tiefes Wasser da unten? Ja, anscheinend. Na dann. Aquaplachi. Hier sieht man ja mal gar nix. Gibt es hier was zu entdecken beim Tauchen? Oder war die Tutorial-Einblendung gerade nur so zum Spaß? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist gar nix. Na ja, ich gehe erst mal da hoch, bevor wir weiter schwimmen, glaube ich. Kann sein, dass das eh die gleichen Wege sind oder so. Ist das jetzt... Ich hasse das. Kann mir das Spiel nicht sagen... Ja, hier ist der richtige Weg. Hier geht's weiter. Wenn du looten willst, geht den anderen Weg. So ein Schild überall. Loot-Pfad. Hat sich da gerade was bewegt oder bin ich paranoid? Ich meine, das eine schließt das andere nicht aus. Aber, ja. Bat- Ma-Anda. Bat- Ma-Anda. Batman. Bat-Ma-Anda. 80-60. Zugehörigkeit. Spark. Die Neptunianerin Bat-Ma-Anda war einst die gefürchtetste Piratin des Sonnensystems und für Überfälle auf Versorgungsschiffe bekannt. Ihre Taten brachten sie auf Europa und Echeladus entstehenden Kolonien an den Rand der Hungersnot. Als sie von der Future Alliance bis in den Asteroidengürtel verfolgt wurde, flog sie mit ihrem Schiff zu nah an ein mysteriöses Wurmloch heran und fand sich im 21. Jahrhundert wieder. Zunächst genoss sie ihre neue Überlegenheit, doch die Frustration über die begrenzten technologischen Möglichkeiten des 21. Jahrhundert folgten schnell, weshalb sie Spark aufsuchte. Ihr Angebot, ihr Wissen über die Zukunft gegen die Rückkehr in ihre eigene Zeit. Schurkin. Klingt nach einer ziemlich gefährlichen Schurkin, vor allem wenn die ihr Raumschiff und ihre Waffen dabei hatte, dann dürfte Spark einen ordentlichen Technologievorsprung haben gegenüber den anderen. Und somit haben die dann schon verloren. Ende. Ende der Geschichte. Tom. Hm. Hm. Ich höre zu den unmöglichsten Zeiten Schüsse. Oh, Unverschämtheit. Um die Zeitschüsse? Also wirklich. Wir haben niemanden, der von uns diesen verrückten Kult beschützt. Äh, was? Der uns von diesem verrückten Kult beschützt. Wir können nicht abwarten, bis die Wolfs uns finden. Wir müssen zu ihrer Basis und uns ihnen anschließen. Wir haben schon ein paar Vorräte im Safe verstaut. Ich will jetzt die beste Route auskundschaften und bekomme so bald wie möglich mit einem Plan zurück. Pass auf dich auf. MKPS fast vergessen. Der Code lautet... Warte, du musst dich irgendwo schnell aufschreiben. Ach, ich brauche echt einen Stift hier. Ich habe immer keinen Stift. Immer keinen. Ja, warum nicht? Ich habe nie einen Stift. Ähm... 38... 55... Aber ich habe einen Laptop. Das ist fast so gut wie ein Stift. Nicht ganz. Ha, wenn ich den Code eingebe, jetzt sagt mir Google... Auto complete the last of us 2. Ha, finde ich lustig. Okay, wir haben einen Code. Fehlt nur noch der dazugehörige Safe. Da war gerade was im Regal, oder? Ja, aber... Flasche brauchen wir leider nicht. Kommt man da rein? Das sieht so aus, als wären da Tabletten drin. Aber die Tür ist hier verbarrikadiert. Das sieht nicht nach einem Weg rein raus. Vielleicht von der anderen Seite. Oder irgendwie von oben. Oder von unten. Nee. Das sah schon aus wie ein Raum, in den man eigentlich rein könnte. Aber hier geht's auch nicht durch. Ich dachte, vielleicht könnte ich irgendwie rein tauchen. Vielleicht hier irgendwo? Nö. Ist das wirklich so gut für unsere Ausrüstung, wenn wir so viel schwimmen? Ich kenne mich ja nicht mit Patronen, mit Munition aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht gut ist, wenn Munition nass wird. Aber vor allem bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht gut ist, wenn Molotow-Cocktails nass werden. Hm. Wie kommen wir denn da rein? Und wo ist der Safe? Wo ist der Safe? Ich vermute ja in dem Raum, aber ich bin mir halt auch nicht sicher. Das ist ja seltsam. Ich vermute ja in dem Raum. Ich muss grad... Hier. Ich muss hier kurz was einstellen. Aber das ist wirklich seltsam, ne? Ich trau mich jetzt auch nicht weitergehen. Kann ja sein, dass der Safe erst später kommt, aber... Oder die Tür, oder was auch immer. Das, für das wir die Kombination brauchen. Aber ich trau mich jetzt auch echt nicht weitergehen hier. Ah! Aha! Na also. Alles klar. Es ist viel leichter, als ich dachte. So. Wie war die Kombination? 38. Wartet mal schnell. Ich muss das schnell machen hier. Ich muss schnell was einstellen, weil das... Denn... Sonst hab ich nachher wieder mit der Nachbearbeitung Probleme. So. Okay. 38. Moment, jetzt muss ich den Code wieder aufrufen. Äh... 55. Und... 23. Tada! Brauchen wir Heilung? Oh, wir könnten ein bisschen Heilung brauchen. Warum nicht? Snap! Weggesnappt. Habe ich da gerade was gehört? Sprengt mich gleich wieder irgendwas an hier? Hm. Ach so. Eine Werkbank. Das habe ich jetzt gar nicht... War gar keine Absicht. Aber den Boden könnten wir ein bisschen pimpen, oder? Höhere Spanngeschwindigkeit. Na, warum nicht? Das wollte ich gar nicht. Sollte Ellie, wenn die keinen so einen... So einen Armschutz trägt, nicht irgendwie... Striemen am Unterarm haben von dem Bogen? Ich meine, das ist wahrscheinlich ein relativ starker Bogen auch, oder? Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich schätze mal, das würde Sinn machen, dass das ein starker Bogen mit einer starken Sehne ist. Und der sollte schmerzende, unter Umständen zumindest schmerzende Schlieren auf dem Unterarm hinterlassen, wenn man keinen so einen Schutz trägt. Aber vielleicht hat sie einfach Skills. Kann schon sein. Weiß ich nicht, ob man die nur braucht, wenn man keine Skills hat. Na gut. Ich glaube, wir sind hier soweit dann durch, ne? Mach ich mal noch einen Sprengpfeil. Die Flasche kann ich leider trotzdem nicht mitnehmen. Und weiter geht's. Na Gott sei Dank haben wir das noch gefunden. Das hätte mich das ganze restliche Spiel lang verfolgt. Ich wollte eigentlich nur einen schönen Kopfsprung oder sowas machen. Aber Ellie wohl nicht. Mist. Isaac ist nicht glücklich darüber. Sag bloß. Isaac. Ich habe gehört, dass The Binding of Isaac scheinbar noch ein großes Update kriegt, an dem die noch arbeiten. Das ist anscheinend noch in Arbeit und soll noch kommen. Das finde ich richtig cool. Nochmal so ein Riesen-Update. Und dann ist aber, dann ist Schluss mit Binding of Isaac Support. Aber das ist schon cool. Binding of Isaac ist jetzt schon so ein unfassbar gigantisches Spiel. Also, erstens ist es gut. Aber zweitens auch vom Umfang her. Dass da noch was kommt, ist schon... Irre. Kein Mox von dir. Hände hoch. Bitte. Bitte. Kennst du eine Nora? Ja, kenne ich. Die spielt PS4, aber vor allem... Der Soundtrack, den kenne ich. Die spielt Hotline Miami. Und das ist irgendwie ganz witzig, weil was Ellie in den Kämpfen macht, kommt teilweise ziemlich nah an Hotline Miami ran. Irgendwie vom Style her und so. Wenn man nicht schleicht, sondern so kämpft. Hotline Miami war vielleicht eine große Inspiration für das Spiel. Aber cool. Höre ich gerade auf den Kopfhörern jetzt. Das ist ganz eindeutig Hotline Miami. Cool. Wo ist sie? Im Krankenhaus. Und wo im Krankenhaus? Die räumen die oberen Etagen. Dort muss sie sein. Das war dumm. Das war dumm und ganz schön schmerzhaft, aber Hotline Miami hat trotzdem einen ziemlich tollen Soundtrack. Ja, ja, das sieht auch stark nach Hotline Miami aus. Super cool. Könnt ihr mal auf YouTube suchen. Hotline Miami Soundtrack ist total cool. Die meisten Songs gibt es irgendwie auch in einer und zehn Stunden Schleifen und sowas, weil die einfach echt cool sind. Spitzen Soundtrack. Tja, wir arbeiten eben gut zusammen. Darauf wette ich. Das ist unfair. Ich sag's dir. Lass dich mit einem Soldaten ein. Macht die Arbeit viel leichter. Klar. Ich möchte... Klappe. Ein Eindringling! Was ist sie? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Wie ich rumschieße. Sie sind die Richtung. Oh nein, ein Hündchen. Oh Gott. Ich hab ganz vergessen, wie schlimm das Spiel immer ist. Ich wollte sie entkommen. Verteilen. Überprüf den ganzen Hof. Ich finde das echt scheiße. Echt richtig scheiße mit den Hunden. Warum muss denn das sein? Ja, das hast du verdient, Ellie. Ich hasse Ellie richtig. Ich hasse Ellie richtig durch The Last of Us 2. Oh mein Gott. Spinnt die jetzt? Wirklich? Ohne Scheiß. Ich hasse Ellie einfach. Wirklich? Das Spiel macht mir Ellie einfach so krass unsympathisch. Nicht nur wegen ihren Entscheidungen und weil ihre ganze Motivation irgendwie komisch ist und weil sie einfach eine amoklaufende Irre ist, die alle in Gefahr bringt, sondern vor allem auch, weil sie Hunde tötet. Ellie ist einfach echt scheiße. Ich hasse die. Ich hasse Ellie. Ich hasse Ellie. Es ist wirklich furchtbar. Es ist wirklich furchtbar, ey. Dieses Spiel. Es ist wirklich furchtbar. Ah, da oben. Ich denke mir schon, wer hat mich denn da fast bemerkt gerade. Ah, come on, dude. Äh, hallo? Oh. Wo kommt denn der auf einmal her? Wo ist denn der jetzt hergekommen, bitte? Habe ich gerade nicht mitgekriegt. In den Raum teleportiert. Oh, oh, shit. Was, du willst nachsehen gehen? Ja, alles okay. Elli. Ich hasse dich. Was? What? Ich dachte, man kann da echt drüber springen. Es sah so aus, finde ich, oder? Naja, dann halt nicht. Echt? Dieses Gebiet ist gesichert? Bist du dir sicher? Ja. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, du bist fehlinformiert. Ach so, ihr, ihr kleines Subgebiet ist gesichert. Okay. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ah, scheiße. Mhm. Oh. 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 Das Spiel spinnt doch. Konzentration. Irgendwo muss noch jemand sein. Geschafft ist es noch nicht. Aber ich glaube, es gibt auch noch ein zweites Stockwerk oben, oder? Hm. Ah, okay. Mindestens zwei sehe ich noch. Drei, oder? Ich glaube schon. Wie wechsle ich denn gleich nochmal die Perspektive, Mensch? Oh, oh. Oh, oh. Okay. Das war es immer noch nicht. Welche riesigen Armeen sind denn hier? Und warum kann Ellie die alle töten? Einfach so. Ist halt der Protagonist in dem Videospiel. Ist eh klar. Als Protagonistin kann man das schon mal machen. Hier geht es weiter. Wollen wir uns vorher nochmal umschauen. Das ist ein ziemlich großes Gebiet. Hier könnte es ziemlich viel Loot geben. Aber gleichzeitig ist es halt so ein Kampfgebiet und kein Erkundungsgebiet. Normalerweise sind Kampfgebieten höchstens so ein bisschen Crafting-Zeugs und Munition. Was das mal so zu direkt brauchen kann. Aber jetzt weniger irgendwelche coolen Upgrades oder so. Aber man kann sich ja trotzdem mal umsehen noch ein bisschen. Bevor wir weitergehen. Weil auch ein bisschen Crafting-Zeug würde ich jetzt nicht Nein sagen hier. Zum Beispiel. Brauchen wir Heilung? Ja, perfekt. Ich könnte was Neues lernen. Ja. Mehr Molotow-Cocktail-Brandreichweite. Her damit. So Leute. Wir machen jetzt für heute Schluss, würde ich sagen. Oder? Ich weiß schon, wo wir hin müssen, Ellie. Ich will mich nur ein bisschen umsehen. Wir machen jetzt für heute mal Schluss. Schauen uns dann morgen vielleicht noch ein bisschen hier um. Und dann gehen wir auch schon weiter. Ich glaube eh, dass wir hier jetzt so ziemlich hier draußen waren. Wir, glaube ich, so ziemlich überall, oder? Oh, warte mal. Eine Nahkampfwaffe, die tatsächlich noch eine Anwendung mehr hat als unsere kaputte Machete. Okay, cool. Na gut. Ich glaube, passt schon. Dann gehen wir noch schnell zur Tür. Und ich sage schon mal, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein Like wäre cool. Ein Abo wäre auch cool. Ähm. Und wir sehen uns dann morgen beim Durchschreiten dieser Tür wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.